So Leute, jetzt gibt es nochmal ein VR-Zubehör-Video, diesmal für die Pimax Crystal und zwar Sehstärke-Linsen von VR-Optition oder VR-Optiker. Und wie man die einsetzt, was die kosten und wie gut die sind, zeige ich euch in diesem Video. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Woodgoss VR, Opperman Events, Virtual Escape, Area 1 und Virtual Reality Center Basel. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de So, ich zeige euch jetzt erstmal, wie die kommen und zwar in so einer coolen Schachtel hier, in so einer Packung. Zack, ja, da ist noch so Cleaning-Sachen dabei und so. Die kommen in so einem Säckchen jeweils, also links und rechts natürlich. Und ja, bevor, ich zeige euch die jetzt mal so, bevor ich die dann dran mache. So sehen die aus. Ja, sind schon ziemlich groß, auf jeden Fall. So, und ich habe jetzt schon eine mal dran gemacht. Die rechte habe ich mal dran, damit ihr mal seht, wie das ungefähr aussieht. Ich hoffe, dass man das halbwegs erkennen kann. Ja, also hier ist die schon drauf. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie man die hier drauf macht. Ne, also die linke, das ist jetzt die linke, hier steht dann auch links dran. So, und hier muss man jetzt gucken, jetzt muss ich mal gerade schauen. Genau, die flache Seite hier muss nach oben. Zack, das war's schon. Ne, jetzt seht ihr das vielleicht. Genau. Jetzt sind die drauf. So, und jetzt sagen die von VR-Optician, man soll möglichst den 15mm-Einsatz, also hier dieses Polster nehmen, weil das dann besser ist. Also, ich habe jetzt das Normale, was dabei war. Und wenn ich das jetzt nutze, ich habe ja ein sehr geringes IPD von ungefähr 59, dann merke ich diese Teile tatsächlich hier auf der Nase so ein bisschen. Also, ja, es drückt schon. Ja, das muss man schon sagen. Deswegen rate ich auch dazu, wenn ihr ein relativ geringes IPD habt, würde ich fast sagen, bis zu ungefähr 63 würde ich diesen 15mm-Einsatz von Pimax noch dazunehmen. Ja, ich habe den jetzt nicht, deswegen kann ich das nicht testen. Aber, ja, wenn ihr ein bisschen größeren habt, also ich kann das halt, wie gesagt, nicht testen. Ja. Es ist in Ordnung, auf jeden Fall. Ich würde es sogar noch aushalten. Ja, also selbst mit 59 würde ich es sogar noch aushalten. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wenn das hier ein leicht drückt. Ja, es ist eure Entscheidung, ob ihr es dazu von Pimax dann kauft. Ja, also, es ist natürlich total cool. Also, so viele Sehstärke-Linsen für die Pimax Crystal gibt es natürlich nicht. Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Preis. Und zwar, es hängt natürlich extrem wieder von euren Werten ab, ob ihr Blaulichtfilter und all so ein Kram haben wollt. Ähm, der geringste Preis ist 69 Euro für zwei Stück. Ja, und wenn ihr dann hohe Werte habt und so, dann geht das bis zu 279 Euro für ein Paar, für die Pimax Crystal Prescription Lenses von VR Optica. Ja, dann kommt noch 4 Euro Versand drauf. Aber, natürlich habe ich zumindest mal einen kleinen Coupon für euch klar gemacht. Und zwar immerhin 5%. Ja, besser als nix. Wenn ihr über meinen Link geht, dann kriegt ihr den automatisch. Ja, dann wird das am Ende vom Warenkorb abgezogen. Ja, also, die sind in meinen Augen gut. Die gehen so ganz einfach zu installieren. Also, die kannst du einfach draufsetzen. Die kannst du auch ganz einfach wieder abnehmen. Ja, also überhaupt kein Thema. Einfach klack und dann sind die schon drauf. Ist aber kein Magnet, ne? Das ist einfach nur so ein Einsatz. So sieht es aus. Ja, falls ihr die Pimax Crystal, falls ihr euch für die interessiert, da findet ihr jetzt in den Infokarten das Review. Und da findet ihr auch natürlich einen 100-Dollar-Coupon-Code für die Pimax Crystal. Wenn ihr über meinen Link geht, Voodoo.de, heißt der Coupon-Code, ne? Und dann kriegt ihr auch noch die Pimax Crystal, 100-Dollar günstiger. Ja, alles findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.